Man erkennt, es gibt so Werkzeuge, bei denen man sagt, ja eigentlich bräuchte ich das mal. Aber immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, denkt man nicht dran. Deswegen für euch zur Erinnerung einfach mal hier ein kleiner Magnetheber. Wenn ihr also das nächste Mal beim Wembi bestellt, dann legt ihn euch einfach mit in den Warnkorb. Wir verlinken ihn euch natürlich unten in der Videobeschreibung. Die gibt es in zwei unterschiedlichen Größen mit einer unterschiedlichen Kraft. Also je nachdem, wie viel er heben kann. Teleskop, ganz klar. Man kann das hier auseinanderziehen. Und wozu ihr das braucht, das wisst ihr doch selber, Leute. Irgendwo ist eine Mutter oder eine Schraube reingefallen und du suchst dann ewig und versuchst mit Klebeband und Schraubendreher. Und ach, ich brauche es euch doch nicht erklären. Ihr wisst ganz genau, was ich meine. Zusätzlich, kleine Sache, hier hinten dran kannst du eine Kappe abschrauben. Und hier ist noch ein ziemlich stabiler Durm dran. Ja, Verwendungsmöglichkeiten lasse ich jetzt mal offen. Also tut euch damit bitte nicht weh und auch keinem anderen.